Die Tür ging nicht auf. Zeit das Zimmer auseinander zu nehmen. Irgendwo wird hier ein Schalter sein. Fackel, Fackel, kein Schalter. Nix, nix, nix. Das Ding hier? Ne, steht zwischen den Blöcken. Sehr kurios. Und warum sehe ich das da unten schon? Da brauchen wir einen Schlüssel für. Da war nur eine Truhe. Ich muss irgendwas übersehen haben. Nix, nix. Aha. Okay. Und das ist offen. Sehr schön. Kalik. Erholsam Rast wurde von der Gruppe genommen. Wie, was, wo, warum? Wurzeln, Blitzdingsen, Schutz. Hallo Jungs. Ähm, Feuerball. Hallo. Der letzte Dings widerstanden ist nicht schön. Au. Zaubertrank. Du bist schon wieder wach? Das ging schnell. Dong, dong. Du Wurzel, du Zaubertrank. Du, mach endlich irgendwas weg hier. Au, 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 au. Hauen. Britze. Sehr gut. Hupsch. K.O. Heilung. So. Das sah kurzfristig nicht so gut aus. Au. Kriegen wir nicht so klein? Na, wir müssen eh mit ihr was trinken, damit sie entgiften kann. Und weg mit ihr. So. Keiner ist mehr vergiftet. Ach, die Küche stimmt. Das heißt, wir schlafen jetzt. So. Haben noch drei Tage Ration da. Hier gibt's nichts zu tun. Okay. Klick. Und ich behalte das diesmal im Auge. Ich hab irgendwie den Verdacht, dass das kein Zufall war, dass der gerade verschwunden ist. Also ja, es kann sein, dass beim Rumlaufen das abgelaufen ist. Und es gibt ja keinen Timestamp hier. Ich weiß nicht, wann das abgelaufen ist. Aber für mich kam's halt so vor, ich bin in den Raum eingegangen und den Buff wurde runtergenommen. Klick. Zauberer. Da. Ein. Zauberer. Hallo. Äh, Schutz. Feuer, Wurzel. Da da. Null Schaden, du bist echt mächtig. Feuer, Wurzel. Feuer, Wurzel. Wasser. Da. Oh, noch ne Runde für uns. Das und das und das und weg. Nee. Nicht weg. Feuerball. Wurzel. Hauen. Feuerball. Oh, danke, dass du hier reinkommst. Blitzen, hauen, Wurzeln. Und weg mit dir. So, das ist jetzt aber die verpackte Tür. Richtig. Ich glaub schon. Also, primär Ziel ist es, die Tür aufzubekommen, nicht das Rätsel zu lösen. Wir versuchen das Rätsel zu lösen, in der Hoffnung, dass das Ding bei irgendeiner Kombination auch aufgeht. Nee. Der Durchgang wäre schon mal da. Kann ich jetzt noch umdrücken? Nee, kann ich nicht. Ja, da sind nämlich Gegner hinter. Das höre ich. Ich komme zu denen aber nicht hin. Es gibt keine Schalter. Es gibt gar nichts. Hier war auch nichts. Nee. Okay, wir gehen jetzt nach oben. Wir versuchen nicht diesen Dungeon abzuschließen. Das wollen wir erst später machen. Sondern wir gehen einfach nach oben. Machen oben alles frei. Sprechen auch ruhig mit dem NPC. Aber verlassen noch nicht den Dungeon. Sondern gehen dann erstmal wieder hierher und gucken, ob die Tür inzwischen vielleicht offen ist. Weil sobald wird das Ding hier verlassen, nachdem wir oben mit dem Umbau-Move-Tür gesprochen haben, ist der ganze Dungeon weg. Hier können wir nur noch reingehen. Sind automatisch im Raum mit den NPCs. Und kommen von daraus weiter zur Elementarschmedie. Ich bin glaube ich jetzt oft genug in die paar Gänge hier reingegangen. Hier ist nichts. Also hoch. Also es kann sein, dass es eine Schaltekombination gibt und die muss man zuerst treffen, bevor man das Rätsel löst. Und dann geht die Tür auf. So als Easter Egg quasi. Keine Ahnung. Töten. Ich hätte vielleicht vorher ein paar Tränke trinken sollen. So. Schießen. Trinken. Wurzeln. Blitzen. Oh. Trippeln wie überall Leute rum und ich sehe nichts. Schießen. Schießen. Vertauschen so. Weg. Verteidigen. Verteidigen. Ah, da seid ihr. Elite-Räuber, Elite-Räuber. Wuff. Wuff. Au. Trinken. Trinken. Brützeln. Brützeln. Drinken. Oh. So. 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 Und weg mit dir. Schon wieder Level Up. Mit allen Chars. Das ging schnell. Welchen Level haben wir jetzt schon? 10. So. Du kannst weg. Du. Experte. Du kannst weg. So. Stufenanstieg. Hm. Was wieder doof ist wegen dem Prozent-Bonus-Dingens. Äh. Er wollte diesen Stufenanstieg primär auf Vitalität gehen. Das machen wir doch schon mal. So. Fähigkeiten. Kriegsführung kriegt er jetzt jeden Stufenanstieg mindestens ein, damit wir irgendwann auf einen grünen Zweig kommen. Ausdauer könnte Experte werden, kann aber jetzt nicht. Schwert sollte er eigentlich auch mal steigern zwischendurch. Ausweichen, Mystic. Ja, ich glaube ich steige jetzt ein bisschen Schwert. Damit falls wir später auch Gegner treffen, die nur durch Nahkampf Schaden nehmen, dass er noch wirklich mal irgendwas machen kann. Bestätigen. Jo. Du. Zweiter. Zweiter. Bestätigen. Fertigkeiten bekommst du Mystic, Mystic. Jetzt müsste mich entscheiden wegen den Waffen. Ne, komm, noch kann ich auf die hier ausweichen. So. Du hast noch kein Level ab. Ah, fehlt aber nicht mehr viel. So. Du. Zwei. Zwei. Dezenter Unterschied jetzt, ne? 36, 27. Äh. 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 Genau. Fähigkeiten. Mystic. Momentan Max. Luft momentan Max. Wer ist Zeit für? Primärmagie, Dunkelmagie, Arcana Disziplin. Arcana Disziplin wäre wahrscheinlich echt keine schlechte Idee. Dann werden wir später auf Gegner mit sehr viel Flächenschaden, also magischen Flächenschaden treffen. Aber ich glaube, ich gehe erstmal hier auf Experte Ausdauer. So. Bestätigen. Äh. Kurz die Seitengänge, also die Gänge hier einmal abgehen. Nur für den Fall, dass da ein Schalter ist. Ne. Du, trink bitte einen Trank. Viele, viele Türen. So. Du bist abgeschlossen, brauchst einen Schlüssel. Oh, du bist nicht abgeschlossen. Ja. Du. Feuerball. Alle drei. Sehr schön. Und. Ja. Noch mehr Flächenschaden. Heilsauber. Nö. Tönen. Ja, komm. Komm, noch mehr Nahkampf. Alles am weg mit euch. Alles am weg mit euch. Sehr schön. Und dafür haben wir gleich einen Stufenanstieg geschenkt bekommen. Wusch. Ja, keine Stufenanstieg sondern, ne. Eine Kampfrunde. Britzel. 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 Brötzel. Prügeln wäre nie da. So. Du. Eins. Zwei. Kannst schon fast drei davon trinken, ohne voll zu werden. äh, goldener Schlüssel kein Loot so eine Riesentruhe und da ist nur ein Schlüssel drin muss ein sehr großer Schlüssel sein oder halt Ramsch, also Sachen die man nicht wirklich haben will aber das liebe ich an Rollenspiel allgemein also bei manchen Rollenspielen wenn der Ramsch trotzdem angezeigt wird also wenn wir jetzt sehen würden da ist jetzt ein Ballenstoff drin und Garn und ein paar Kieselsteine und was weiß ich und dazwischen irgendwo der Schlüssel man muss den Schlüssel dann raussuchen aber das ist wahrscheinlich der Zwerg in mir der einfach gerne in Beute wühlt so äh, schießen wenn Wurzeln blitzen oh, Flächenschaden Flächenwurzel das da noch mehr Flächenschaden und wusch und Wurzel und Spott und du kommst in den Blechenschaden die sind echt zu nett manchmal die Gegner so, weg kaputt, kaputt hauen, Wurzeln kaputt hauen ja, fortan achso nix in den Bücherregalen nein, nein Kiste Bücherregal Silberschlüssel die gab's glaube ich vorher auch nicht ich glaube vorher waren das zwei genau gleich aussehende Schlüssel hatte ich mich drüber aufgeregt hm, ok schlafen das ist der Weg zurück zum ja, ok die müssten wir jetzt eigentlich mit unseren neuen Schlüsseln aufbekommen gucken wir trotzdem mal kurz hier hin ein leerer Raum das ist verdächtig Kalip kommt ihr wir haben Zeit so hauen das 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 Feuerball Blitz Schutz oh 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 ich hab den Level Up vergessen das ist nicht so schön kaputt und heil dich bitte selber so du Level Up Level 1, 2 1, 2 und Fähigkeiten ja jo ho ho Untertitelung des ZDF, 2020